Was up ladies and gentlemen und herzlich willkommen hier zu einem erneuten black ops 4 video auf meinem kanal freunde ja es gab mal wieder ein neues update in call of duty black ops 4 und das will ich natürlich nicht vorenthalten deswegen bleibt am besten bis zum schluss dran damit ihr all die neuen patch notes all die neuen sachen die zum spiel hinzugefügt wurden auch sehr gut mitbekommt vorab können wir gerne schon mal ein like da lassen falls ihr solche update videos öfter sehen wollte ich versuche die mal so schnell wie möglich rauszuhauen wenn es etwas neues gibt und ihr könnt natürlich auch gerne den kanal abonnieren und die glocke aktivieren fangen wir direkt mal mit einer sehr sehr erfreulichen nachricht an denn ab dem 9 november das heißt diesen freitag ich denke mal so ab 7 uhr so ist das normal ja immer bei black ops 4 gibt es doppelte erfahrungspunkte im schwarzmarkt das heißt ihr steigt die stufen im schwarzmarkt doppelt so schnell auf ich habe ja mal in einem video ausgerechnet wie lange es ungefähr dauert dass man eine stufe im schwarzmarkt aufsteigt ihr könnt euch das video gerne nochmal reinziehen indem ihr einfach in die video beschreibung geht dort werde ich dann den link von dem video reinpacken auf jeden fall bekommen wir ab freitag den 9 november doppelte erfahrungspunkte im schwarzmarkt ziemlich ziemlich geil denn ich denke mal jeder von euch wird schon gemerkt haben dass das aufsteigen der stufen im black ops 4 extrem lange dauert es ist einfach nur krass wie lange es dauert und da tut einem dieses doppelte xp schon sehr sehr gut und für die zombiespieler unter euch gibt es dann auch noch doppelte xp für dieses plasma dass man im zombie modus farmen kann und das natürlich auch alles ab dem 9 november freunde im blackout modus bond jetzt dieser bleib fahrer aus dem zombie modus auch in diesen zombie areas ich habe ich da mal im hintergrund ein kleines video eingeblendet wie das ganze dann aussieht ihr könnt das monster dann dort wegkillen und bekommt dann richtig geilen loot aber bedenkt dass es schon sehr sehr lange dauert das viel irgendwie umzunieten keine ahnung das teil hat irgendwie unendlich leben gefühlt aber es geht irgendwann dauern und dann habt ihr auf jeden fall geilen loot davon außerdem wurden im blackout modus wieder viele viele waffen gepatcht unter anderem die smgs die jetzt insgesamt besser sein sollen das heißt sie haben auch noch höhere reichweite also einen höheren schaden auf reichweite auf jeden fall es wurden auch noch ganz viele andere Waffen im blackout modus gepatcht ich habe die euch mal im hintergrund so ein bild eingefügt wo ihr das ganze nachlesen könnte wurde auch schon sehr sehr viel getan außerdem wurde im multiplayer modus etwas an den vorgestellten multiplayer playlists geändert dort haben wir nämlich jetzt das team taktik moshpit kontrolle waffenspiel söldner chaos moshpit und söldner hardcore moshpit und jetzt noch eine sehr sehr krasse änderung denn jeder von euch ich glaube wirklich jeder von euch hasst die nine bang von unserem spezialisten ajax Und die nine bang wurde einfach komplett aus blackout entfernt. Treyarch hat nämlich getwittert dass sie zumindest vorübergehend die nine bang granate aus dem blackout modus rausnehmen um einfach zu überlegen wie sie sie besser ins spiel einfügen können jetzt wird natürlich jeder traurig sein Was ist mit dem multiplayer modus denn ich finde dass die nine bang im multiplayer modus einfach katastrophal ist Und ich hoffe dass dort auch unbedingt irgendetwas geändert wird ich denke mal dass die chancen hier gar nicht so schlecht stehen Treyarch macht sich auf jeden fall gedanken um die nine bang sie haben sie jetzt komplett aus dem blackout modus rausgenommen Vielleicht sehen wir ja in zukünftigen updates endlich was an der nine bang die ein bisschen genervt wird beziehungsweise viel genervt wird Ich kann mir nicht vorstellen dass sie sie insgesamt komplett rausholen werden sie wird auch bestimmt irgendwann wieder ein blackout hinzugefügt werden wenn sie so genervt haben wie sie wollen aber ein nerf muss auf jeden fall her ihr könnt ja mal gerne in die kommentare Schreiben was er davon haltet freut ihr euch dass im blackout modus jetzt ohne nine bang gespielt wird Hofft ihr auch dass sie im multiplayer modus genervt wird oder sogar ganz rausgenommen wird das wäre natürlich Absolut ideal wie ihr wisst antworte ich natürlich auf jedes kommentar das heißt jedes kommentar dass ihr hier drunter schreibt wird auch von mir beantwortet Und ja meine freunde das war es dann auch schon wieder von dem heutigen video wie gesagt würde ich mich über einen daumen nach oben sehr sehr freuen Support ist kein mord abonniert den kanal auf jeden fall und aktiviert die glocke falls ihr gar keine black ops 4 updates mehr verpassen wollt keine klassen setups mehr verpassen wollt keine Lackierung tutorials und so weiter und so fort ihr wisst wie es läuft und ja dann sage ich mal hasta la vista meine freunde und bis zum nächsten part